Dass du wieder dabei bist, in meinem heutigen Video geht es um die Betonungsregeln im Spanischen. Vorab, bevor ich loslege, lieben Dank, dass so viele meinen Kanal abonnieren. Es kommen täglich etliche Personen dazu, also wirklich lieben Dank. Da dieser Kanal für dich ist, damit du das Beste aus deinen Spanischkenntnissen herausholen kannst, würde ich mich sehr freuen, wenn du in die Kommentare Video-Wünsche schreiben könntest, sodass ich gezielt Videos für dich aufnehmen kann. Heute, wie gesagt, geht es um die Betonungsregeln im Spanischen. Was ist jetzt eine Betonung? Ganz kurz, ja, wie eine Silbe betont wird oder welche Silbe in einem Wort betont werden soll. Darum geht es heute. Die allgemeine Regel ist, dass wir Betonungsregeln haben, die zeige ich dir gleich, und wenn das Wort davon abweichen soll, dann braucht man einen Akzent. Das heißt, der Akzent sagt eigentlich, hallo, Moment mal, ich möchte nicht, dass die Betonungsregeln greifen, denn das Wort wird im täglichen Gebrauch so ausgesprochen. Das heißt, Akzente weichen immer von der Regel ab. Das vorweg. So, Regel Nummer 1. Es geht immer um Wörter ohne Akzent. Wörter, die auf N oder S enden oder einem Vokal, also A, E, I, O, U, die werden auf der vorletzten Silbe betont. Wenn wir uns jetzt das Wort Kassa, Foto und Kassas einmal anschauen, dann sehen wir, das Wort Kassa, also Haus endet auf A, A ist ein Vokal, wird auf der vorletzten Silbe betont. Das heißt, wir haben C, A und S, A. Das heißt, man würde das da trennen. Kassa. Das heißt, man sagt Kassa. Also die Betonung ist auf der ersten Silbe bzw. auf der vorletzten Silbe. So, die letzte wäre S, A, die vorletzte folglich C, A. Man sagt ja nicht Kassa, ne, das wäre falsch. Dann gehen wir zu Foto. Foto ist ganz simpel wie im Deutschen Foto und das endet auf O. O ist wieder ein Vokal und man sagt also Foto und nicht Foto oder so, denn die Betonung liegt wieder auf der vorletzten Silbe. Dann machen wir aus einem Haus mehrere, also Kassas und du siehst, das endet auf S. Wörter, die auf NS oder einem Vokal enden, werden auf der vorletzten Silbe betont. Also hier wieder Kassas und daher kommt das. Also wirklich, die Regel Nummer 1 ist eigentlich ganz nett und das Schöne ist, Regel Nummer 2 ist eigentlich genau diese Regel nur umgedreht. Das heißt, eigentlich brauchst du dir wirklich nur diese Regel zu merken, denn Regel Nummer 2 bedeutet Wörter, die auf alle anderen Buchstaben enden, also nicht NS und Vokal, weil die haben wir ja in Regel Nummer 1 abgefrühstückt, die werden auf der letzten Wortsilbe betont. Wenn wir uns jetzt das Beispiel Universidad angucken, die letzte Silbe ist Dat, passt, denn es endet nicht auf N, es endet nicht auf S und auch nicht auf Vokal, denn D ist ein Konsonant und wir sagen Universidad. Das heißt, wir sagen nicht Universidad, wir sagen nicht Universidad, sondern wir sagen La Universidad, also die Betonung ist hinten, passt. Okay, also Regel 1, vorletzte Silbe, ja, Regel Nummer 2, letzte Silbe. Das ist eigentlich ganz simpel, wie gesagt, eigentlich muss man sich nur eine Regel merken. Ich habe das einfach mal als Regel Nummer 3 genannt, eigentlich ist das gar keine Regel, aber nur um dir das einmal zu zeigen, sollen Wörter eben anders betont werden, weil sie eben durch den Sprachgebrauch anders betont werden, dann bekommen sie einen Akzent. Das heißt, alles, was von der Regel abweicht, bekommt einen Akzent. Du siehst das hier schon an Mexico und Album, ja, wir gehen nochmal zurück, merkt ihr, Mexico endet auf Vokal, gehen wir also zurück und du siehst, Wörter, die auf Vokal enden, werden auf der vorletzten Silbe betont. Jetzt gehen wir mal zu Mexico und die vorletzte Silbe wäre hier, ja, das XI. Also müssten wir eigentlich sagen Mexico, sagt aber keiner, klingt doch irgendwie komisch. Und deswegen kommt hier ein Akzent auf das E, damit man eben Mexico sagt und nicht eben das, was ich eben gesagt habe. Da greift die Regel also nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von dieser Regelung wieder, aber wenn du dir diese drei Regeln merkst, dann bist du gut dabei. Ich habe dir ein paar Beispiele nochmal mitgebracht. Wer also jetzt das verstanden hat, kann hier gerne abschalten, wobei der Algorithmus natürlich sich freut, wenn du das bis zum Ende schaust. Du kannst unbedingt einen Kommentar hinterlassen mit Videowünschen. Daumen hoch, gefällt mir auch immer. Und ich kommentiere auch immer alle Kommentare. Jetzt mal zu den Beispielen. Ach, Quatsch, siehst du, habe ich vergessen. Ich hoffe, du hast noch nicht abgeschaltet. Es gibt aber auch Wörter, da hat der Akzent überhaupt nichts mehr mit der Betonung zu tun. Schauen wir uns einmal die beiden Beispiele an. L, kennst du, es gibt L und La, das ist der Artikel. Es gibt aber auch L mit Akzent, das ist dann Er. Auf der anderen Seite haben wir Sie und Sie. Einmal ohne Akzent, das heißt dann Wenn, Falls und einmal mit Akzent, heißt dann Ja. Das heißt hier, also wenn ich jetzt sage Sie, weißt du jetzt nicht, meine ich jetzt das mit Punkt oder mit Akzent. Ist aber auch egal, denn wenn man spricht, kann man das aus dem Kontext, also aus dem Inhalt entnehmen. Und wenn man es schreibt, sieht man das ja anhand des Akzents. Das heißt für dich, manchmal hat der Akzent eben auch nichts mit der Betonung zu tun. Jetzt aber wirklich ein paar Beispiele. Also das Wort Belocidad, Geschwindigkeit, endet auf D und D passt nicht zu N, S und Vokal. Deswegen wird es auf der letzten Wortsilbe betont, deswegen heißt es Belocidad, also die Betonung ist da hinten. Reloc, genau dasselbe, endet weder auf N noch S noch auf Vokal, heißt übrigens Ur, und wird auf der letzten Wortsilbe betont. Reloc, ja man sagt nicht Re-loch, sondern man sagt Reloc. Und immer, ich finde, wenn man das Gegenteilige sagt, dann merkt man eigentlich, wie gut die Regel greift. Es heißt Reloc. Jetzt mal ein anderes Wort. La-Ura, also die Uhr, beziehungsweise Uhrzeit. Na, Ke-Ura-Es, kennst du sicherlich schon. Heißt also, Wörter, die auf N, S oder einem Vokal enden, werden auf der vorletzten Silbe betont. Und du hast das eben sicherlich schon gehört. Ich habe gesagt La-Ura. Ich habe nicht gesagt Ora oder so, sondern Ora. Heißt also die vorletzte Silbe. Denn die letzte Silbe wäre ja das R-A. Noch ein Beispiel. La-Kaie, die Straße, endet auch wieder auf E, also Vokal. Also heißt das für dich vorletzte Silbe, also La-Kaie. Auch wieder am Anfang betont, also die vorletzte Silbe. So, jetzt, Achtung, oben ist ein Rechtschreibfehler mit Absicht, unten ist dann das Richtige. Theoretisch würde man hier jetzt die Regel haben, Wörter, die auf N, S oder einem Vokal enden, werden auf der vorletzten Silbe betont. So, wenn wir uns das Wort mal anschauen, das endet auf N, ja, die Information, würde auf der vorletzten Silbe betont werden. Wenn wir das Wort jetzt trennen, dann hätten wir In-For-Ma-Cion quasi. Dann müsste ich sagen In-For-Ma-Cion, denn das wäre die vorletzte Silbe. Wenn du schon soweit bist, und ich glaube, das Wort kennt schon jeder, dann weißt du, dass wir In-For-Ma-Cion sagen. Also alle Wörter, die auf Sion enden, haben immer auf dem O und Akzent und sind übrigens weiblich, voll der Pro-Tipp. Heißt also, La-In-For-Ma-Cion bekommt einen Akzent, weil wir es sonst falsch, komisch aussprechen würden. Dasselbe mit diesem Wort. Ich spreche es extra nur nicht aus, du siehst aber unten schon und hättest vermutlich jetzt schon eine Idee, das ist der Rasen. Da würde auch wieder die Regel greifen, Wörter, die auf alle anderen Buchstaben enden, also nicht N, S oder Vokal, ein D ist ein Konsonant, passt, werden auf der letzten Wortsilbe betont. Das heißt, wir müssten eigentlich sagen CESPED. Klingt aber total doof, auch in meinen Ohren, weil ich das einfach anders gehört habe in Spanien. Man sagt CESPED und dadurch, dass man das so aussprechen soll, kommt da dementsprechend auch der Akzent drauf. Also wirklich super einfach eigentlich, man muss sich eben nur diese beiden Regeln merken. Das war es auch schon und mein Ziel, jeden Monat mindestens ein Video hochzuladen, habe ich jetzt für den Dezember schon geschafft. Wenn du aber Wünsche hast, dann wirklich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese alle, ich kommentiere bisher auch alle und ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal weiterempfiehlst, wenn du mir Tipps gibst, was kann ich besser machen oder wirklich Video-Vorschläge, denn dieser Kanal ist für dich und du weißt am besten, wie ich dir helfen kann. Also lieben Dank, dass du bis zum Ende durchgeschaut hast hoffentlich und ich hoffe, dass dir dieses Video genauso hilft, wie die anderen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.